Ja und damit herzlich willkommen hier zurück bei Anno 22.05 mit dem Gurumai. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe, wenn hier irgendwie Probleme sind mit der Aufnahme, dann tut es mir jetzt schon mal leid. Ich habe nämlich mal einen PC neu aufgesetzt und da habe ich dann, die Einstellungen sind dann alle weg. Und ja, müssen wir mal gucken. So, das dazu. Wir müssen jetzt den Schwellkraftskram machen. Das ist das nächste, was wir machen auf jeden Fall. Fusionszellen, wie viele haben wir hier? 20, alles klar. 20. Achtung, unter Versorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. 10 seltene Erde. Anti-G, machen wir mal so ein Ding. Dann bauen wir das mal hier. Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht es aus? Glückwunsch, neuen Erfolg erhalten. So, was bekommen wir denn hier? Baukosten sind Credits. Und die Produktion geht höher. Okay, Energie macht jetzt gerade ein richtig dickes Problem. Da braucht man weniger Geld. Warnung, Energienetz überladen. Ja, jetzt versuche ich das Energienetz hier abzukühlen, man. Alles wird cool. So, vielleicht müssen wir hier dann nochmal ein neues Energiedings hinbauen. Ist noch alles im grünen Bereich? Alles im grünen Bereich. Jetzt haben wir wieder einen neuen Strom. Sim, macht das dann? Hier können wir halt auch so ein Ding gebrauchen. Und hier. So, jetzt haben wir hier quasi alles abgedeckt. Hier in der Mitte fehlt noch was. Müssen fast zwei Hähnen bauen. Ist egal. Können wir dann immer noch machen? Die produzieren auf jeden Fall jetzt hier. Was haben wir denn jetzt minus? Gar nichts. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Könnte sie. Macht sie aber nicht. Wie viele haben wir hier jetzt? 14. Können wir noch einen produzieren? So. 20. Wie viele haben wir noch von den anderen beiden Sachen? Wie viele Ärzte verbraucht ihr da? Das ist gerade gar nicht. Okay, gut. Jetzt reicht's aber. Jetzt haben wir genug von den Dingern. Wir machen dickes Minus. Wartung. Das ist das, was so viel kostet. Alles klar. Wartung kostet halt viel. Lassen wir die alle mal aufsteigen. Dann kriegen wir da nämlich auch nochmal mehr Geld wieder. Hier ist nichts zu berichten. Wie viele haben wir frei mittlerweile? 26. Alles klar. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, mein Freund. Usoyev ist so viel länger als hier im Geschäft. Das ist halt cool für Usoyev. So, wir haben hier auf jeden Fall die Dinge. Neues Gebäude verfügbar. Neue Gebäudearten verfügbar. Alles klar. Was könnt ihr jetzt haben? Ein Gesundheitszentrum. Das wäre natürlich toll, das hier jetzt irgendwo hinzubauen. Wo es auch Sinn ergibt. Achso, ich habe keine 80. Die Schulden gehen auf jeden Fall runter. Beziehungsweise die Dings. Ich bin froh, hier zu sein. Weil dann haben wir Gesundheit auch noch. Aber dann können wir sie immer noch nicht aufwerten. Aber das ist ja dann auch noch egal. Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt diese Reaktoren haben. Brauchen wir die hier auch? Bin mir gerade unschlüssig. Müssen wir mal kurz laden. Irgendwo brauchen wir die nämlich. Gut, dass wir noch so viel Geld haben. So, dass ich das alles nochmal ein bisschen einpanelde. Aber wir brauchen auch noch Energie. Wir müssen Energie auf den Mond bekommen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich die besseren, äh, die besseren Managen. So. Wow. Zwei können aufwählen. Machen wir das mal. Da können wir auch noch welche aufwählen. Warum können wir auch nicht aufwählen? Machen wir das auch mal. Können wir da gleich noch mehr Geld bekommen. Simon International ernährt die Welt. Das ist ein Geben und Nehmen. Kein Wettlauf. Das ist ein Geben und Nehmen. Kein Wettlauf, sagt er. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Etwas langweilig hier. Genau, die brauchen auch diese Dinger, diese Schwerkraftdinger. Können wir gleich mal eine neue Route machen. Von da nach da. Machen wir mal 26. Verbunden. So. Dann haben wir hier. Ich habe etwas Zeit übrig. Was brauchen Sie? Sehr zufrieden ist sie sogar. Sehr zufrieden. Wir brauchen Quantencomputer als nächstes und dann brauchen wir Androiden. Wie viele können wir denn hier noch bauen? Androiden. Dafür brauchen wir noch ein paar mehr. Die kriegen wir ja auch gleich. Willkommen. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Wir haben nicht genug Häuser. Um aufzuwirben. Gut gemacht. Jetzt sollten Sie sich konsolidieren, bevor die Welle des Erfolgs abflacht. Genau, bevor die Welle des Erfolgs abflacht. Wir sind jetzt Weltspitze. Das heißt, unsere Firma ist die beste gerade. Soweit ich mir das denken kann auf jeden Fall. Was wird hier denn jetzt noch verlangt? Ein Haus da. Du hast keinen Weg. Da hast du einen. So, und ihr habt kein Dings? Informationsding. Wird ja aber Zeit, dass ihr das kriegt. So, und dann bauen wir hier nochmal Häuser lang. So. Okay, reißen wir die nochmal ab. Haben wir volle Baukostenrückerstattung, dann können wir das ja machen. So. Das ist ja sehr wichtig. Alles klar, das passt auch. Können wir da nochmal einen rumlegen. Das passt auch. Das passt nicht so wirklich. Aber das ist auch kein Problem dann. Eie. So, jetzt setzen wir die mal kurz um. So, aber dann können wir hier nämlich den Weg reinfahren lassen. Und den hier nochmal abreißen. Zick. So, aber können wir noch Häuser hier bauen. Da gehen noch welche. So, das passt ja dann. Wenn ich hier jetzt... Ja, komm, entspannt euch erstmal. So. Ah, hier passt leider kein Haus mehr rein. Ist natürlich doof. Wie sieht's denn aus, wenn wir hier... Bauoptionen erweitert. ...den Weg zerstören. Dann passt da... Würde da nur ein Haus reinpassen. Ist natürlich doof. Mach mal so. So. Ach, hier habe ich keine Straße. Ist natürlich doof für euch. Warnung! Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Wenig Androiden. Das wusste ich ja schon vorher. Kommt ja jetzt nicht wie eine Überraschung, dass ich keine Androiden habe. Aber das heißt, wir können sie bauen. Beziehungsweise, wir könnten sie bauen. Da zwei von denen. Wenn wir die mal aufwenden hier. Und nochmal hier so ein... ...so ein dickes Ding hoch. So, wir sind jetzt Platz 1. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. So. Nice. Und wir bekommen einfach noch viel mehr, Leute. So, wichtig ist, dass wir jetzt gucken. Wasser haben wir zum Beispiel nicht und Reis haben wir nicht. Könnten uns eigentlich auch mal... ...um eine neue... ...nett von Ihnen hereinzuschauen. Wie kann ich Ihnen helfen? 2,9... Willkommen bei Cassian Industry. 2,3. Das ist natürlich doof. Gesundheit wollen die haben und Androiden. Und unsere brauchen einen Quantencomputer. Die brauchen sie hier auch. Und die gibt es da auch. Warte mal. Das hier. Von da. Nach da. Nicht alle, aber... So ist okay. Verbindung wird hergestellt. So, dann haben wir das da drüben auch. Gucken hier nochmal rein. Ob wir hier die Androiden produzieren könnten. Müssen wir natürlich gucken, dass wir die anderen... ...Dinger auch nochmal alle... ...bekommen, die anderen Bedürfnisse. Saft zum Beispiel ist noch so ein Bedürfnis, was wir haben können. Jetzt müssen wir dann gleichzeitig gucken, dass wir nicht zu viel Obst verbrauchen. So ist okay. Wir sind nochmal an der Stufe aufgestiegen. Steigen immer noch auf. Neue Gebäude haben wir auch. Die haben wir eh schon gehabt. Ähm, da brauchen wir Bioharz. Wieviel haben wir? Fünf nur. Und... ...Sulizium. Da haben wir 15. Okay. Brauchten wir Bioharz, denke mal. Transferroute ineffizient. Ursache... Fehlende Waren. So, dann machen die das da weg. Brauchen noch mehr Bioharz. ...quasi mit mir Sonnenblumen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ich weiß. So, das passt ja. Umgangtransport verzögert sich. Ursache... Transporterknappheit. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt geht die Logistik wieder hoch. So, wovon haben wir noch Minus? Reis und Wasser. Und Luxusessen. Reis, Wasser und Luxusessen. Und wir brauchen nochmal diese Zellen. Wie viele Algen haben wir? 14. Reis, Wasser und Luxusessen. Warte. Dann können wir genauso gut Reis nochmal anbauen. Beziehungsweise das können wir auch hier anbauen. Reis verbraucht ja nichts außer Felder und Platz. Wasser und Luxusessen. Hier machen wir eh Wasser. Da machen wir Energie. Energie haben wir auch bald keine mehr. Müssen wir auch nochmal ran. Schlotzen hier. Aber die benutzen oder machen einfach nicht genug Energie. Das ist ein bisschen doof. Luxusessen. Und die Androiden halt. Glückwunsch. Neuen Erfolge halten. 13 noch und davon 10. Jetzt haben wir nur noch Minus 2 Androiden. Und kaum Strom. Um das nochmal zu bestrechen. Warnung. Energiebedarf nicht länger deckbar. Ja, ich weiß. Ich glaube auch nicht, dass wir hier noch irgendwo Platz haben. Hier haben wir viele Plätze noch. Müssten wir eine Straße überlegen. So. Ich weiß, dass ich ganz vorzeigbar aussehe. Aber Pflichten. Ja, das wäre natürlich noch besser, wenn wir da was hätten. Weil das wird hier... Keine Berichte schicken oder sowas. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Gut, Knöpkes. Bauen wir das mal hier durch das Land. Eine Hauptstraße. Und dann können wir hier ein Lager entstellen. Aber das bringt nichts, wenn wir hier keine Straßenverbindung zum Dings haben hier. So muss das sein. So, da haben wir mehr Energie. Hier haben wir noch Wasser. Ich bin immer noch nicht fertig. Das ist schon richtig. So, Energie. Diamanten und Seltenerde. Wie viele Seltenerde haben wir denn noch? Wie viele Diamanten haben wir? Ziehen. Der Unternehmenswert ist gestiegen. So, das ist natürlich doof, dass wir dann immer so viel Strom verbrauchen. Die ganzen coolen Dinger. Aber jetzt bekommen wir wieder ein bisschen mehr Strom. So, was haben wir jetzt hier? Minus Diamanten auf jeden Fall. Die Seltenerde haben wir noch genug. Aber Minus Diamanten. Das heißt, hier können wir nochmal ein paar Diamanten abbauen. So. Wir müssen halt eh warten, bis wir genug Geld haben, so dass wir unsere Produktion auch noch outsourcen können. Oder dass wir noch mehr Bürger machen können irgendwo oder so. Weil, das kann schwierig werden. Wollen wir auch, was die Energie angeht. Da haben wir aktuell unser größtes Problem. Gucken wir uns nochmal an, Leute. Gucken wir uns nochmal an. Bei Gelegenheit auf jeden Fall. So. Ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part bei Anno 20... Ne, 22.05. So ist es. Ausput vom Transferrouten bei Null. Genau. Bis dann sagt Anno. Wobei es mir tschau. Wobei es mir tschau. Wobei es mir tschau. Ich würde mir tschau.